Isi, ich glaube, du musst es über die Nase auch tun, weil sonst siehst du es sofort. Ja, stimmt. Wenn du so hier tust, dann... Ich würde es am Tisch. Bisschen für Profi. Auf Gott. Auf Gott, los. Hm. Sicher wär's... Nein, es kann so peinlich werden. Ich will jetzt nicht... Ist irgendwas mit Quark, oder? Das ist sicher cool. Aprikose? Nein, nein, nein. Darf man nur einmal raten? Zwei. Ich weiß. Ach so, Aprikose. Nein, das ist Quark, das Violette, das... Was ist das? Johannisbeer oder was ist das? Du hast die schon so viele von denen gegessen. Ja, ich feier die enorm. Ich glaube, das Quark Johannisbeer oder was ist das? Oder Heidelbeer oder keine Ahnung. Komm, das zählt. Das zählt, ich geb ihm den Punkt. Muchas gracias. Ach so. Runde zwei. Und los. Oh, das ist easy. Das ist easy. Schmeckt easy? Ich weiß nicht, ob easy schmeckt. Ich weiß auch. Jetzt... Gedankenblitz. Das ist der... Nee, easy. Du fang jetzt mal an. Ich hab eh meine... Also okay, das ist der... Pudding... Weiße Schokolade. Genau. Weiße Schokolade. Hey Junge, die sind ja in der Kabine. Hey, die Shape kenne ich schon. Das ist sicher irgendwas mit Obst-Dingsbums. Nein, du bist ein Freak. Nein, du bist ein Freak. Nein, doch nicht. Das ist Karamell. Ja. Drei, zwei, eins. Ich würd sagen, es ist Karamell. Oder Haselnuss. Ich nehm Haselnuss. Fuck. Hab ich doch gesagt. Wenn du sagst Karamell, easy sag Karamell. Wenn du sagst Karamell. Wenn du sagst Karamell. Wenn du sagst Karamell. Wenn du sagst Karamell. Du sagst Karamell. Oh, was ist das? Das ist wässrig. Ah. Okay. Ich weiss glaube ich. Äh. Das ist Almi-Joghurt. Wie er heißt. Drei. Drei. Eins. Wie? Sagen wir es gleichzeitig. Weil das ist jetzt Finale. Auf drei. Ja. Eins. Zwei. Drei. Kirscher. Du Wunderfucker, Alter. Timebreaker. Also erst mal noch mehr Pudding. Wenn es Joghurt. Pudding. Also wer die erste richtige Antwort gibt. Kraft gewonnen. Boah das ist der mit dem. Crunchy Schokopudding. Mit Cookies. Kelek. Schieß das auch man. Das ist der einzige den ich kenne. Der Einziger. Oh leh. Oh leh. Oh leh. Oh leh. Oh leh. Finale, baby. Das ist die. Schestyling. Hos plut $6해요. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ays